Das Programm in meinem Eihirn kümmert sich nicht darum, wieso sie es tun. Ob sie arm oder ungebildet sind, sich langweilen oder drogenabhängig sind, in Schwierigkeiten stecken, einsam sind oder ob sie nur einfach nichts Besseres anzufangen wissen. Es kümmert sich nicht darum, ob die Typen aus zerrütteten Familien kommen, ob sie niemanden haben, der sie leitet, niemanden, der ihnen hilft, niemanden, der ihnen zeigt, was Leben wirklich sein kann. Das Programm kümmert sich aber genauso wenig darum, ob nichts von alledem auf die Leute zutrifft. Ob sie reich und gut erzogen sind und es eben doch besser wissen. Das ist ihm alles scheißegal. Doch es lehnt die Leute auch nicht ab oder schiebt ihnen Schuld zu. Das Programm urteilt nicht. Es sieht sie als reine Objekte. Es hat keine Gefühle. Es tut einfach, was es tut. Und ich lasse es arbeiten. Denn ich tue nur, was ich glaube, tun zu müssen. Für Lucy. Für Graham. Für mich. Für uns alle. Ich tue es einfach. I-Boy, der nachts die Eihaut eingeschaltet durch die Crowdtown patrouilliert. Er beendet Drogengeschäfte und Kämpfe. Er zündet Autos an, schmilzt Fahrräder ein und erschreckt die kleinen Crow-Kids zu Tode. Er beklaut die Straßendiebe, stiehlt ihre Pistolen und Messer und ihre Macheten, deponiert mal hier eine Tüte Heroin, mal dort eine Tüte Kokain. Zeitlose Eihstunden mit der Arbeit am Computer in meinem Kopf verbracht. Dem Versenden falscher SMS und bearbeiteter Fotos. Dem Einstellen von Videos bei YouTube. Dem Verbreiten gemeiner Lügen in Chatrooms und Blogs. Lügen werden zu Gerüchten. Gerüchte werden zu Fakten. Sonntag, 11. April, 19.47 und 51 Sekunden. Tom Harvey sitzt auf einer Bank am Kinderspielplatz und denkt über Lucy nach. Er ist schon fast eine Woche nicht mehr bei ihr gewesen. Und er weiß, dass I-Boy schuld ist. I-Boy und Lucy haben sich angewöhnt, jeden Tag mindestens ein paar E-Mails hin und her zu schreiben. Und Tom vergisst immer, dass er nicht I-Boy ist. Dass nicht er die ganze Zeit mit Lucy spricht. Deshalb wundert sie sich sicher, wieso Tom nicht wieder mal vorbeigekommen ist. Oder vielleicht auch nicht. Es ist sehr verwirrend für Tom, ständig zwischen I-Boy und sich selbst hin und her zu springen und im Kopf zu behalten, wer er ist und was er sein soll. Und wenn er über Lucy nachdenkt, hat er fast das Gefühl, sie mit sich selbst zu betrügen. Oder vielleicht ist es auch andersrum. Als ob sie ihn betrügt. Denn sie weiß ja nicht, dass der andere Junge, mit dem sie auf MySpace spricht, gar kein anderer Junge ist, sondern Tom. Er schließt die Augen. Es gibt eine neue MySpace-Nachricht von Lucy. Hey, I-Boy. Hast du gehört, was in der Siedlung läuft? Was denn? Du weißt schon, dass die ganzen Gangkits verhaftet werden und sich gegenseitig zusammenschlagen und so. Stand alles in der Zeitung. Sämtliche Dealer fliegen auf und es gibt Gerüchte, dass eine Art Superman rumläuft und den Krauss und FGH die Scheiße aus dem Leib prügelt. Weißt du irgendwas darüber? Ich? Wieso soll ich irgendwas darüber wissen? Klar, haha. Wieso du? Sei einfach vorsichtig, okay? A girl. Ich bin immer vorsichtig. Bis später. I-Boy. Gerade als I-Boy sich bei MySpace ausgelockt hat, schaut Tom auf und sieht eine Gruppe von FGH-Typen, die die Crow Lane entlang gehen. Er weiß, dass sie FGH sind. Denn die meisten tragen Adidas-Klamotten, was typisch FGH ist. Sie sind zu acht oder neunt und in südlicher Richtung unterwegs, weg vom Spielplatz, runter zum Fitzroy-Haus. Die meisten sind etwa 16 oder 17, aber es sind auch ein paar Jüngere dabei und sogar zwei Mädchen. Die Mädchen sind es, die Toms Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die beiden sind ungefähr 13 oder 14, tragen kurze Röcke und knappe, hautenge Tops und sie versuchen, mit aller Gewalt so zu wirken, als ob sie Spaß hätten. Sie grölen und lachen, machen mit den Jungs rum. Aber Tom hat das Gefühl, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Tom steht von der Bank auf und folgt der Gruppe. Er kennt keinen von ihnen und ist sich auch ziemlich sicher, dass niemand von denen ihn kennt. Deshalb kümmert er sich im Moment noch nicht darum, seine Eihaut anzuschalten. Er folgt ihnen einfach als Tom. Eine Weile passiert nicht viel. Die Jungs und die zwei Mädchen gehen weiter. Erst als sie sich langsam dem Fitzroy-Haus nähern, werden die Mädchen plötzlich ein bisschen unruhig. Sie versuchen, ein- oder zweimal stehen zu bleiben und umzukehren. Doch die Jungs packen sie einfach und ziehen sie weiter. Sie lachen noch immer alle, auch die Mädchen. Und Tom überlegt, ob er sich vielleicht geirrt hat. Vielleicht ist es ja wirklich nur Spaß. Vielleicht tun die Mädchen bloß so, als ob sie sich zieren. Und vielleicht wollen die Jungs nur raushängen lassen, was für harte Kerle sie sind. Und einen kurzen Moment überlegt Tom, ob er nicht umkehren und nach Hause gehen soll. Doch dann sieht er den Lieferwagen. Es ist ein weißer Ford Transit und er kommt von der Nordseite die Crow Lane entlang gerast. Er nähert sich den FGH-Jungs. Vier von ihnen packen plötzlich die beiden Mädchen und zerren sie rüber zum Straßenrand. Zuerst glauben die Mädchen, dass die Jungs nur Blödsinn treiben, die harten Macker spielen, sich einen Spaß mit ihnen machen. Aber Tom weiß, dass das kein Spiel mehr ist. Er sieht es an der Haltung der Jungen. Ihre Münder sind zusammengekniffen. Die Bewegungen schnell und hinterhältig. Sie schauen, ob es auch keine Zeugen gibt. Toms Eihaut ist jetzt angeschaltet. Und er rennt schon, als der Lieferwagen am Straßenrand hält. Die hinteren Türen schwingen auf und zwei weitere FGH-Typen springen heraus und helfen den anderen, die Mädchen zum Lieferwagen zu schleppen. Inzwischen haben die beiden begriffen, dass das hier todernst ist. Sie treten, sie winden sich, sie kämpfen, sie versuchen, um Hilfe zu schreien. Aber zwei von den Jungs halten den Mädchen eine Hand auf den Mund. Eihaut rennt jetzt, so schnell er kann. Er ist noch ungefähr zehn Meter von dem Lieferwagen entfernt, als ihn einer der Jüngeren sieht und für die anderen einen Warnlaut ausstößt. Die anderen hören auf und drehen sich zu Eihaut um, stehen ein, zwei Sekunden lang nur da, zu fassungslos, um zu handeln. Doch dann brüllt einer, ein absolut ekliger Typ mit totenbleicher Haut, »Ihr hier schafft sie in den Wagen! Der Rest schnappt sich das Arschloch!« Und der Ton seiner Stimme bringt die anderen in Schwung. Iboy weiß, dass er jetzt nicht mehr viel Zeit hat. Wenn sie die Mädchen drin haben, ist es zu spät. Er rennt weiter, direkt auf den Ekeltypen zu, der in dem Moment, als Iboy ihn erreicht, ein Messer aus der Tasche zieht. Da schreit Iboy wie ein Irrer, wirft sich auf den Ekeltypen und jagt einen gewaltigen Stromschlag heraus. Ein ohrenzerfetzendes »Kchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch steht ein paar Sekunden lang da, wartet, dass das Nachbild des Blitzes aus seinen Augen verschwindet. Dann schaut er hinab auf die Körper am Boden. Es sind sieben. Einige sind nur so halbbewusstlos. Sie stöhnen schwach, keuchen, prusten und reiben sich die Augen. Doch die meisten von ihnen sind erledigt, liegen einfach am Boden, vollkommen still. Den Ekeltypen hat es am schlimmsten erwischt. Er liegt auf dem Rücken. Ungefähr zwei Meter von Eyeboy entfernt, das Gesicht rot verbrannt, die Augenbrauen noch glimmend. Die Nylonjacke mit der Kapuze ist in seiner Haut eingeschmolzen und er blutet aus Ohren, Nase und Mund. Eyeboy sieht zu den anderen hoch, denen mit den zwei Mädchen am Heck des Lieferwagens. Die beiden Vorderen sind auf die Knie gegangen und halten den Kopf in den Händen. Zwei andere laufen schon Richtung Fitzroy House fort. Und die beiden letzten halten zwar immer noch die Mädchen fest, stehen aber stocksteif da. Lasst sie los! Sie lassen sie los. Und die zwei Mädchen taumeln auf Eyeboy zu. Alles okay? fragt er die beiden. Ja, glaub schon, sagt die eine und schaut auf die am Boden liegenden Gestalten. Die andere sagt nichts. Sie weint nur. Ich glaube, du bringst deine Freundin jetzt lieber nach Hause. Sie ist ziemlich durcheinander. Ja, ja, natürlich. Das erste Mädchen geht zu ihrer Freundin und legt ihr den Arm um die Schulter. Sie wischt ihr die Tränen aus dem Gesicht. Dann wendet sie sich wieder zu Eyeboy um. Danke, wer immer du bist. Vielen Dank. Geht's. Es passiert euch jetzt nichts mehr. Geht einfach auf kürzestem Weg nach Haus. Eyeboy schaut ihnen kurz hinterher. Dann dreht er sich wieder zu den zwei Jungs am Lieferwagen um. Sie haben sich nicht gerührt. Wartet ihr auf was? Sie schütteln den Kopf. Dann verpisst euch! Sie rennen los. Eyeboy geht um den Lieferwagen herum. Niemand sitzt drin. Eyeboy beugt sich hinein, zieht den Schlüssel aus dem Zündschloss und lässt ihn fallen. Er legt den Finger an die Zündung, gibt ihr einen schnellen Stromstoß. Das Armaturenbrett glüht, der Motor heult auf. Dann knistert es und unter der Motorhaube springen Funken. Nach wenigen Sekunden steigt Rauch aus dem Motor und zuckende blaue Flammen lodern auf. Eyeboy schließt die Fahrertür des Lieferwagens, spuckt auf den Boden und geht. Er schaut nicht zurück. Als ich am Montag aufwachte, hatte ich das Gefühl, aus einem sehr langen und äußerst lebhaften Traum hochzukommen. Es war ein sehr merkwürdiges Gefühl, denn ich wusste, dass die Dinge in meinem Kopf, die mir wie Traumfetzen vorkamen, reale Erinnerungen waren. Erinnerungen an die letzten zehn Tage. Ich stand auf, ging duschen und zog mich an. Als ich in die Küche kam, saß Gram am Tisch und hielt etwas in der Hand, das wie ein Kontoauszug aussah. Morgen, Gram. Ich setzte mich. Wie geht's dir? Was soll das, Tommy? Sie wedelte mit dem Kontoauszug in meine Richtung. 15.000 Pfund am 31. März anonym auf mein Konto überwiesen. Sie starrte mich wütend an. Weißt du irgendetwas darüber? Ich? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Sie schob mir den Kontoauszug herüber und deutete auf die Einzahlung. Hier. Siehst du? Jemand hat 15.000 Pfund auf mein Konto überwiesen. Ich lächelte sie an. Na, ist doch super. Nicht, wenn ich keine Ahnung habe, von wem das Geld kommt und wofür es ist. Ist das wichtig? Ich meine, Geld ist Geld. Ja, Tommy, das ist wichtig. Vielleicht ist es ja vom Verlag, schlug ich vor. Vom Verlag ist es nicht, das habe ich schon geklärt. Und die Bank kann mir auch nicht sagen, von wem es kommt. Sie sah mich an. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Wieso sollte ich? Gram sah mir in die Augen. Du würdest es mir doch sagen, wenn du in Schwierigkeiten steckst, oder? Schwierigkeiten? Was denn für Schwierigkeiten? Sie streckte die Hand aus und legte sie auf meine. Sag mir einfach die Wahrheit, Tommy. Hast du das Geld irgendwoher gekriegt und auf mein Konto getan? Woher soll ich so viel Geld kriegen? Wo kriegen andere in der Crowdtown so viel Geld her? Ich starrte sie an. Du glaubst, ich verkaufe Drogen? Sie zuckte die Schultern. Ich frag nur. Verdammt, Gram, sagte ich wütend. Meinst du wirklich, ich würde sowas tun? Und du stielst auch nicht, oder so? Wie kannst du sowas überhaupt nur denken? Tut mir leid, Tommy. Ich weiß, du bist ein wirklich guter Junge und absolut anständig. Und du liebst mich. Aber ich weiß auch, dass du, gerade weil du mich liebst, nahezu alles tun würdest, um mir zu helfen. Und wenn du wüsstest, dass ich in finanziellen Schwierigkeiten stecke, naja, dann würdest du vielleicht auch das Falsche tun, um mir zu helfen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, natürlich verstehe ich. Aber ich habe nichts Falsches getan. Gram nahm zwei Briefe vom Tisch. Das hier, das ist die Bestätigung, dass meine Gemeindesteuerrückstände bezahlt wurden. Und das hier ist eine Erklärung, dass ich mit den Mietzahlungen auf dem Laufenden bin. Sie sah mich an. Wusstest du, dass ich das ganze Geld schuldete? Nein. Hast du die Rechnungen bezahlt? Nein. Sicher. Ich nickte. Gram seufzte. Tja, jemand hat es getan. Und ich war es nicht. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also saß ich einfach nur da und versuchte, unschuldig auszusehen. Auch Gram saß eine Weile schweigend da, schaute bloß auf die Briefe und schüttelte immer mal wieder den Kopf. Schließlich sagte sie zu mir. Hör zu, Tommy. Es tut mir leid, wenn ich dich wütend gemacht oder verletzt habe, aber ich musste das fragen. Es ist nicht so, dass ich dir nicht vertraue. Das tue ich. Und selbst wenn du in irgendetwas Illegales verwickelt wärst, ich würde dich trotzdem lieben. Sie lächelte mich an. Außerdem hast du dich in letzter Zeit wirklich etwas merkwürdig verhalten. Was meinst du damit? Naja, entweder bist du den ganzen Tag in deinem Zimmer und tust Gott weiß was, oder du bist die ganze Zeit unterwegs, vor allem nachts. Und immer wirkst du so beschäftigt, so angespannt und siehst furchtbar müde aus. Ich hab gelernt. Gelernt?